man ist es noch ziemlich voll scheiß ja ein bisschen du weißt dass du als beide Seiten auch abkommen müssen hier ne ja ich freue mich immer weil auch beiden Seiten einen bis zwei zwei verlängert werden muss m m m dort sie in die Stadt Schülstein und Spitzer genau wie er die kaputte Blöde Pio was egal an der Rakete hier gewesen Pankstum mehr mal ein bisschen ab und geben wovon an den Tüchern hier und wendt das hört auch in den ersten Gäste 1 2 im Stimmten hier war keiner der Berger 2 6 Uhr zu geworfen aber durch nur ist das ja ich komme ein neues Strömung Scheiße warum hast du es die Strömung kommt warum hast du es am Boden weg gemacht weil es kann da wächst du kein Gras mehr oder natürlich wechselt da wächst auch gerade so wirst du dann warum hast du eine Leine überhaupt gemacht nur so aber es ist meine nee es ist meine Axt kaputt das gleich die zwei nehmen abbauen ne was ich gesteht jetzt bin ich zickig das war so eine letzte Pläne der Gäste aber seine Axt kaputt ist und ja aber das war es kein Bock auf diese Letzt Play mein Axt kaputt ne er wird über die Anrechte umbauen weil wir sind sowieso schon so unsymmetrisch weil hier da soll Prozent drei breit das heißt ähm hier kommt das hoch hier kommt Zaun und hier kommt die ganze Seite noch kaputt ich meine hier ist es so weil da haben wir jetzt drei warte mal 1 2 3 ach scheiße warte ich wissen das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perfekt ok 1 2 3 1 2 3 ok man muss hier und da ja dann würde ich das ja auch hier noch kaputt machen dann passt das das war voll symmetrisch das war es so ist einfach komplett normal Prozent den Allenthaltschneiden und auf die Heidelberg selbst ganz viele du gelittener Vogel was ist der Mann das kein Wiener Neunzehn 1 2 3 das heißt das muss auch weg und dann doch mehr dann können wir und so genau das haben wir drei breit ja aber es müssen wir das ist auch und wir sind drei worden ja ich sag nix ist okay wir haben immer noch um euch essen das ist ein ich bin die Ablothung die Ablothung ne gar nicht du lügst doch deswegen möchte noch weg aber da ruft er mich an also es ist mega aber da war in ihr so ein Scheiß aber auch die 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 würden wenn man von ihr und das treuern das 2 erweißen das 2 erweißen er sollt sagen wir haben schon eine baumplantage eine schleiche fertig sind gleich mit der brücke fertig und sie hat immer noch nicht das haus fertig ja tut mir leid ich krieg ja kein Holz hier ja schon mal diese Baumwolle 5 Millionen Bäume, ich hab kein Holz und weil sie sagen, warum hakt sie kein Holz für mich ja echt wahr ich dachte Frauen sind mittlerweile so weit, dass die auch alleine etwas schaffen aber die brauchen immer noch die Männer scheiße nein, aber du hast trotzdem einen Tittenbonus oh mein Gott, hier ist irgendein Charlie hier liegen viele Platten, oh ja alter und jetzt hab ich noch zwei Blasen, ich schaff das nicht mehr, scheiße ja, aber du kriegst nicht so viel damit, dass du nach unten gezogen wirst du überlebst das also, ne schaff ich nicht mehr na scheiße nein, nein nein Markus tot jetzt bin ich bloß um einen Todespunkt, kann ich nicht irgendwie oh, nein nein ja, weiß nicht, gib back einen, wo ich spawn, ich bin da ganz woanders ja, ist doch geil ich hab Clay gefunden geil, unser Leben ist gesichert du hast Clay für uns ne, ich meine, wenn wir, ähm ja, ich steb schon ich steb schon nein, ich steb schon wieder es gibt doch gar nichts ich find meine Spitzhack auch nicht mehr du Bauer weißt du was gegen Bauer Tom? ja, fickt euch wenn es da ja, zu seinen Abonnenten fickt euch wenn es da, zu seinen Abonnenten äh, kannst du mir gefallen, kannst du mir drunter kommen und mein Zeug suchen, weil ich find's nicht mehr äh, nein weil ich keine Herzen mehr hab und nix zu essen und nichts das heißt, ich würde sofort verrecken unten ich sterb schon wieder, als gibt's gar nicht oh, halbes Herz wow, okay ich geh schon wow yes hat grad'n Zombie sein Spaß und ich hab doch gesagt, unten spawnen Zombies drin ja, das ist voll ab normal, wie lauter das unten drunter ist ja, wir müssen jetzt erstmal wieder irgendwo Erde ja, mach mir aber nächste Insel unten drunter leeren dann haben wir wieder Erde so ich spiel dir jetzt so viel geiler aus soll nur drauf klatschen Hauptraum gibt's so, es sieht geiler aus Apfel mach'n Apfel äh, braucht ihr mal Apfel? Ich hab genug zwei Stück ich hab genug zwei Stück ich bin nämlich voll, weil ich grade gestorben dann müssen wir die Bäume aufwarten dann dass'n parapäber ja jetzt hast du dich damit gerade geаute dass ihr die Map schon einmal gespielt habt angeschaut so jetzt brauchen wir ja Herr Pfann und hier ist fast und ja Herr da haben wir noch mal da haben wir noch heute so wie sie wollen er soll ich habe das Loch rein auf dem was was er verpflichtet haben was interessantes muss wo wir sind von mir nachfurt wenn jemand hier wo auch wenn es einen zum lief wie ich heute auch hoch aber nicht mehr ein paar Auerungen Erfassig. Oh, das war ein guter Plan. Tschüss. Was hab ich die genommen? Sieht so scheiße aus. Was sieht scheiße aus? Du. Das war jetzt aber gemein. Schreib ich in den Kommentar, da sieht Tom scheiße aus. Der mobbt mich. Leute, mobbt ihn zurück. Nein. Ich brauch Zäune, ich brauch Zäune, 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 Zäune. Warte, ich hab's dick für den. Zäune, Zäune, wie wunderbar. Zäune, 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 Zäune. Wow, neun, jetzt bin ich voll right, äh voll right, schuldig sagen. Copyright, geklaut. Nein, ich singe jetzt Zäune und nicht Kohle, Kohle, Kohle. Bauerbetten, oh Gott. Dann richte ich eine Grasplattform für Tiere. Also eigentlich... Ne, ist noch kein Gras. Ja, haben wir schon fast fertig. Bauzuckerrohrform haben wir geschafft. Das entscheide ich jetzt einfach mal so. Kann ich die Dinger wieder zurückverwandeln? Die Holzstufen? Nein. Okay, wir haben ganz viele Leute schufen. Ein Hafenbauer, achten Schiff. Ja, ich hab's doch. Ja, komm mal aus, äh, halbsletzt, bauen wir genug von. Und ich fahre mal, das Tür kann man eigentlich erst anfangen, wenn wir die Slimes haben. Ja. Wie du lachen, ich hab's auch mal aus. Ich geh' einfach mal nach da unten, da finde ich dein Slime. So ganz zufällig, ne? Äh, äh, äh. Ich hab' vorhin da auch einen gefunden, Bobby. Der war zu einer Wand und ich hab' mir doan hin totgemacht, aber naja. Ganz zufällig, ne? Äh, äh, ne, nicht wirklich. Es ist nicht auf das, was du jetzt raus möchtest. Aber vielleicht dann hinaus. Cheaten. Ja, nur Noobs cheaten. Oh nein, er hat mir einen Zaun festgesetzt. Jetzt brauchen wir noch ein paar Fackeln, die wir auf unserer Brücke verteilen, damit hier nix auf der Brücke es warnt. Wenn wir einen Nether könnten, dann könnten wir ja nicht so geile Laternen machen. So, nur finden wir Lab. Das ist die Frage. Nicht mal die Zäune, die ich jetzt hab, reichen dafür aus. Ich brauch noch mehr. Ähm, Easy, wegen dem Dach. Da musst du hiervon noch, äh, freilassen, wegen den Pistens. Also nicht hörbar, man nicht. Wollte schon sagen, zwei Stöcke, dann. Oder einfach nur eine Dachterrasse. Man muss ja schon ein bisschen hochbauen, weil wegen, äh, Bibliothekmäßig, weil, ne? Enchantment. Stimmt, ähm. Warum? Wir können doch hier einen Balkon machen und das da hinten machen einfach zu. Und das hinten machen einfach zu und machen so eine Bibliothek rein. Und ganz sogeweise innen drin noch ein entscheidender Traum. In der Bibliothek. Ganz zufällig, ne? Ja. Oh, mir fehlen noch immer noch Ballzäune. Wie geht's dir? Na? Oh, ah. Der Klatsch, die weg, die brauchen wir. Haha, ich wollte ihm... ...angreifen. Ich hab dich extra getötet. Hör auf, hör auf, hör auf. Nicht ziehen. Gib meine Sachen. Gib mir meine Sachen. Ja, geh doch hierher. Was hattest du denn alles? Ich geb dir nochmal alles, was ich hier hab. Meine Spielzecke. Das ist kaputter. Boah, die ist auch so viel mehr kaputt. Ja, meine eine Fackel. Ich will das glättchen. Weil ich nicht mehr lange Fackel damit so. Ich mach licht, ich mach licht. Was ein Knochen? Ja, der Knochen fand ich wieder ganz nach unten. Los, wachsett Bäume. Ich mach licht für euch. Ich hab hier irgendwas gefunden, was hier... Warum hab... Ich hab hier so einen Raum, da ist Luft drin. Kann vielleicht von mir sein. Schau mal runter, hallo. Ich bleib jetzt hier unten. Ähm, was... Habe ich schon. Ja, ich weiß nicht, unser Map heißt New World. Oh mein Gott. Das hätten wir gehackt. Ja. Also in Büchern dauert noch ein bisschen. Warum? Du kannst ja alles gar abhauen und wieder neu pflanzen und so. Ich mach die Reihe hier noch, ich mach die Surf noch voll und dann den Rest ernte ich dann für Bücher. Ich mach die Reihe, 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 ich mach die Reihe kommen beim Pantone das ist ein Zeugen das ist der Saison vom Gegründeten zeigte ich an bei der ob es